Lange haben wir drauf gewartet, aber jetzt ist er endlich da. Justice League, der Blockbuster von DC Comics und Warner Brothers, der zum ersten Mal im DCEU die neue Gerechtigkeitsliga vorstellt. Eigentlich sahen die Zeichen für diesen Film gar nicht so schlecht aus. Nach dem Suicide Squad Debakel übernahm Geoff Johns das Ruder beim filmischen Universum von DC. Johns ist der Chief Creative Officer von DC Comics und hat in der Comicwelt einen sehr respektablen Ruf, vor allem für seine Arbeiten an Aquaman und Flash. Tatsächlich konnte Wonder Woman ja sowohl die Kritiker als auch die Zuschauer überzeugen. Und so konnte man sich durchaus Hoffnungen darauf machen, dass Justice League vielleicht mehr werden könnte als ein einziges CGI-Massaker oder etwa ein Avengers-Abklatsch. Nun ja, aber fangen wir mal ganz von vorne an, worum geht's? Superman ist tot und so ist die Erde mittlerweile angreifbar geworden. Vielleicht liegt es daran oder auch einfach an schlechtem Timing, dass der New God Steppenwolf aus dem Nichts auftaucht und drei magische Boxen auf der Erde sucht, um das Universum zu vernichten und seine Heimatwelt wieder aufzubauen. So müssen sich Batman und Wonder Woman zusammentun, um neue Rekruten zu finden und gemeinsam diese riesige Bedrohung zu bekämpfen. Fangen wir doch mal mit den Aspekten an, die durchaus gefallen. Ezra Miller spielt einen jungen Barry Allen, also Flash. Da ist er dem Comic Barry Allen wirklich sehr ähnlich, denn auch der ist in vielen Interpretationen sehr albern, verschlafen und witzig. Und Ezra Miller funktioniert als Flash wunderbar, auch wenn er einigen Zuschauern als Kopie von Quicksilver aus den X-Men-Filmen vorkommen dürfte, aber ich persönlich halte das für Quatsch. Auch Wonder Woman Gal Gadot hat wieder denselben Charme auf Lager wie schon in ihrem Solo-Film. Die israelische Schauspielerin war einfach eine goldrichtige Wahl für diese Figur. Aquaman hingegen haben sie sogar noch rauer, brutaler und grober gemacht als in den Comics. Arthur Curry ist Ende der 80er, aber spätestens in den New 52 Comics von DC sehr badass geworden. In Justice League wird der König von Atlantis von Jason Momoa verkörpert. Khal Drogo. Es ist also ganz offensichtlich, dass DC und Warner Brothers Aquaman wieder cool machen möchten. Völlig zu Unrecht haben nämlich Serien wie Family Guy und The Big Bang Fury. Aquaman in den Dreck gezogen und so getan, als wäre die Version aus Super Friends die einzige Form der Figur, die es gibt. Dabei ist Aquaman eben eine sehr coole Figur, zu der insbesondere Geoff Johns verdammt gute Geschichten geschrieben hat. Wobei man sagen könnte, dass Jason Momoa vielleicht sogar einen Schritt zu weit gegangen ist und diese Figur zu krass spielt. Aber das war einfach nur mein persönliches Erfinden. Was an Justice League ebenfalls überzeugen kann, ist der Soundtrack. Aber nicht einmal die Stücke, die für den Film komponiert wurden. Die bleiben nämlich weitestgehend im Hintergrund. Besonders wird die Musik dann, wenn Stücke einsetzen, die bereits aus der Vergangenheit bekannt sind. So wurde zum Beispiel Danny Elfmans Batman Theme aus Tim Burtons Batman genommen. Oder der Superman Theme aus den 70ern von John Williams. Und natürlich auch Wonder Womans berühmter Theme aus Batman v Superman. Und genau da an diesem Punkt, auch wenn der Soundtrack gefällt, sind wir trotzdem an diesem Punkt bei einem der vielen Probleme dieses Films. Justice League schmeißt nämlich mit vielen Homagen und Anspielungen um sich, macht aber dann nichts damit. So kann man zwar immer wieder mal nicken, weil man viele Dinge aus den Comics oder aus älteren Filmen irgendwie kennt. Aber das war's dann auch. Und dennoch dürfte der Film den Zuschauern, die die verschiedenen DC-Figuren besser kennen und vielleicht auch die Comics gelesen haben, deutlich besser gefallen als allen anderen. Alle anderen dürfen gleich zu Beginn den ersten Kampf von Batman miterleben. Und es ist schade, dass schon ab Szene 1 klar ist, in welche Richtung die restliche Reise des Films geht. Alle zwei Sekunden gibt es einen Schnitt. Und so wirkt das Geschehen vielleicht hektisch, aber sicherlich nicht dynamisch oder mitreißend. Tatsächlich kommt zu keinem Zeitpunkt in diesem Film auch nur ansatzweise ein Gefühl der tatsächlichen Gefahr rüber. Der Film springt von Action-Sequenz zu Action-Sequenz und versucht, die Stellen dazwischen mit zahlreichen Gags aufzulockern. Von denen leider nicht alle immer zünden. Selbst Batman ist leider vor allem ein Comic-Relief geworden. Es ist traurig, dass gerade der Dunkle Ritter in diesem Film zu einer Witzfigur wird. Bisher habe ich den Ben Affleck Batman geliebt, aber Justice League hat da echt einen fetten Kratzer hinterlassen. Neben Figuren wie Flash, Wonder Woman und Cyborg sieht Batman einfach ein kleines bisschen lachhaft in diesem Film aus. Das war in den JLA-Comics oder in den Animated Movies von DC bisher nie ein großes Problem. Und dieses Mal in diesem Film leider schon. Es gibt schlichtweg auch zu viele Figuren für zu wenig Zeit. So gibt es zum Beispiel eine etwa 45-minütige oder einstündige Passage des Films, in der man eine so wichtige Figur wie Lois Lane nicht sieht. Selbst eine so interessante Hintergrundgeschichte wie die von Cyborg und seinem Vater Silas wird innerhalb kürzester Zeit einfach weggewicht. So wirkt der Film wie ein x-beliebiger Superheldenfilm mit austauschbarer Story, die allerdings tatsächlich an die DC-Comics erinnert. Wie ein Crisis on Infinite Earths zum Beispiel, nur eben ohne die gesamte Epik. Und umso erstaunlicher ist es, dass Marvel das mit Avengers ziemlich viel besser hinbekommen hat. Ich lese seit meiner Kindheit DC-Comics und habe mich immer in erster Linie als DC-Fan betrachtet. Was Comics anbelangt, bin ich das auch immer noch. Dennoch muss ich immer noch darauf warten, dass Warner und DC den ersten wirklich, wirklich guten Film im DCEU herausbringen. Die DC-Comics hatten immer auch den Vorteil, gerade was Batman angeht, dass die Bösewichte hochinteressant waren. Da gab es die verschiedensten Geisteskrankheiten, die zu surrealen Figuren geführt haben, die dann abgefahrene Pläne und Komplotte geschmiedet haben. Und mit Venom wurde selbst Drogensucht irgendwie in diese Figuren hineingearbeitet. Marvel hat dann aber auf der anderen Seite sich immer bemüht, immer größere und mächtigere und mystischere Bösewichte auferstehen zu lassen. Natürlich gibt es auf beiden Seiten viele Ausnahmen, aber das war für mich zumindest immer so der große Unterschied zwischen DC und Marvel. Nun kommt bei Justice League Steppenwolf ins Spiel, der General vom Planeten Apocalypse, die rechte Hand des großen Darkseid. Doch mit Steppenwolf haben sie für diesen Film meiner Meinung nach den denkbar größten Fehler gemacht. Das DCEU will nicht als Abklatsch vom Marvel Cinematic Universe gelten. Und dann machen sie Steppenwolf zu einem völlig austauschbaren, x-beliebigen Bösewicht. Steppenwolf ist in diesem Film eine völlig charakterlose, austauschbare, extrem hässlich und unscharmant aussehende CGI-Figur. Die wird zwar verkörpert von Siaran Hinz, den man aus Game of Thrones kennt, aber es ist echt erstaunlich, wie Steppenwolf in diesem Film aussieht. Nämlich so, als hätte man ihm eine vollgekotzte Gummimaske aufgesetzt. So ist aber eben leider das gesamte CGI im Film. CGI ist das große Stichwort für diesen Film, dem ich jetzt 5 von 10 Punkten geben möchte. Justice League ist mit CGI überladen, also mit Computereffekten. Dabei werden die Effekte aus dem Computer nicht mal im Hintergrund oder zur Begleitung eingesetzt. Nein, die Effekte springen einem förmlich ins Gesicht. Der gesamte Justice League Film wirkt so, als hätte man das letzte Viertel von Batman v Superman auf ganze Filmlänge gestreckt. So als würde man eine überlange Zwischensequenz in einem Videospiel aus dem Jahr 2008 gucken. Es ist wirklich atemberaubend, wie sehr mit dem CGI übertrieben wurde und wie sehr es auch dem Film schadet. Etwas weniger Action und etwas mehr Sinn und Verstand hätten dem Drehbuch einfach gut getan. Ein Film über die Justice League sollte so unendlich viel cooler sein, als das, was DC und Warner uns hier abgeliefert haben. Ich habe allergrößtes Mitleid mit Regisseur Zack Snyder, der eine Tragödie in der engsten Familie zu betrauern hatte und das Zepter an Avengers-Regisseur Joss Whedon übergab. Dem Film hat das aber offensichtlich nicht ganz so gut getan. Der Film macht durchaus Spaß, also versteht mich nicht falsch. Er ist sehr rasant, Flash ist unheimlich witzig und einige der Gags, die funktionieren. Nur fehlt mir persönlich eine auch nur ansatzweise interessante oder außergewöhnliche Handlung. Und auch den Ernst haben sie im DCEU nun komplett auf der Strecke gelassen. So nimmt sich Justice League zu keiner Sekunde ernst, den Figuren wird keinerlei Zeit zum Atmen gegeben und der Bösewicht ist mächtig, blass und austauschbar. Und das Ganze wirkt dann letzten Endes tatsächlich wie ein misslungener Avengers-Abklatsch oder ein X-Men Apocalypse Reloaded. Selbst die Dialoge sitzen oft nicht und wirken so, als seien sie nur für die Zuschauer geschrieben worden. Batman muss zum Beispiel Arthur Curry nicht erklären, dass Arthur Curry Aquaman und der König von Atlantis ist. Das sagt Batman in diesem Film, damit es der Zuschauer versteht. Nur hätte man das eben auch sinnvoller gestalten oder inszenieren können. Das ist eine Info, die im Panel eines Comics in einem Erklärkasten weitergegeben worden wäre irgendwo in der Ecke. Filme haben dieses Kästchen nicht. Daher muss man so eine Information eigentlich auf eine andere Weise wiedergeben. Und Justice League hat es eben nicht geschafft, sowas in irgendeiner Weise interessant umzusetzen. Selbst Batman haben sie meiner Meinung nach dieses Mal etwas verhunzt. Auch Cyborg hatte Potenzial für so viel mehr. Leider wird Cyborgs eigener Konflikt innerhalb aller kürzester Zeit abgehakt. Und es ist lachhaft, wie schnell sich Victor Stone mit seinen Fähigkeiten anfreundet. Wie gesagt, man kann diesen Film mehr genießen, wenn man sich mit den Hintergründen der Figuren auskennt. Dafür haben wir in den letzten fünf Wochen unser Format Donnerstag der Gerechtigkeit laufen lassen. Da haben wir erklärt, woher Batman kommt, was er gemacht hat, woher die Comics kommen und so weiter. Auch dasselbe zu Wonder Woman, Flash und Cyborg. Schaut euch doch zum Beispiel unser sehr ausführliches Video zu Cyborg an. Darin erfahrt ihr, wie Victor Stone zu diesem Maschinenmenschen wurde, der er heute ist. Abonniert uns unbedingt und ... Nochmal! Abonniert uns unbedingt auf unseren Social-Media-Accounts unter die Filmfabrik. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper. Abonniert uns unbedingt auf den Filmfabrik. Abonniert uns unbedingt auf den Filmfabrik. Abonniert uns unbedingt auf einen Filmfabrik.